Hallo Leute, wie ihr seht, hab ich schon ein bisschen vorgemacht und ich muss jetzt mich kurz konzentrieren, weil ich hab keinen Bock mehr. Ich hab schon das paar mal aufgenommen, ohne rumzufilmten, aber ich bin jeden Part, also ich hab schon Proben gemacht von diesem Level. Verdammte Scheiße und ich weiß, was auf mich zukommt und deswegen freue ich mich gar nicht drauf. Und was ist das für ein behindertes Bild von Bowser? Hab ich gerade erst gemerkt. Komm her, Pilzi. Und wir müssen jetzt hier runter. Es gibt auch einen anderen Weg, da oben ist. Aber es gibt auch diesen Weg. Und diesen Weg hab ich gerade richtig vergeigt. So. Irgendwie greifen die mich nicht an. Ich bin eigentlich froh darüber, dass sie mich nicht angreifen, aber ich weiß nicht, wieso. So. Ähm. Okay. Der letzte Boss fällt. Verdammt. Ähm. Ähm. Verdammt. Verdammt. Also wartet kurz. Okay, es geht weiter. Und. Okay, so. Gut gemacht. Hä? Das ist so. Ich kenn das nur von Final Messenger, dass er immer da hinspringen, wo Mario ist. Aber irgendwie macht er das hier nicht. Doch, doch. Jetzt schon macht er das. Hä? Was hat das denn? Ich will mich verarschen. Komm hier. Komm, spring runter. Gut so. Sehr, sehr gut. Hier, komm. Hier einfach runter. Hier einfach runterspringen. Perfekt. Puh, auf dem Gesicht. Yeah. Wenn ich jetzt aber noch einmal runterfalle. DIN 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 DIN. DIN 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 DIN. LEVEL GESCHAPT! Endlich ist das Projekt vorbei. Und ich bin gewachsen. Hey. Hey. Und rein mit uns. Und? Oh. Die Sonne scheint. Habt Dank. Nun ist wieder Frieden in unserer schönen Pilzwelt. Eingekehrt. Yeah. Ähm. Däh. Mit Ausrufezeichen. Das war einmal ein anstrengendes Projekt. Ähm. Hallo? Keine Credits? Ah, jetzt kommen die Credits. Welt 1. Buschland. Buschland. Okay. Director. Hiroyuki Kimura. Ach, nicht diese Kacke. Wüste. Ach. Das war ein tolles Projekt eigentlich. Das wollte ich schon immer durchzocken. Hab ich jetzt gemacht. Ihr wart live dabei. Oder teilweise. Schlesenfisch. Wasserfeld. Ja, aber. Ich hab's jetzt endlich geschafft. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Jetzt kommt Super Mario Advance 3. Mit Joshi. Und Baby Mario. Rieseninsel. Rieseninsel? War das die vierte Welt? Ja. Tolle Musik auch noch. Yeah. Himmelshausen. Und? Das Projekt war auf Deutsch auch noch. Ich kenn nur ein bisschen Let's Place von diesem Spiel, wo das alles auf Englisch ist. Aber ich hab's die deutsche Version gemacht. Hey. Das ist ja wenigstens. Oh, das ist ja wenigstens etwas versteht von dem Projekt. Ähm. Eisigland. Yeah. Eisigland. Technikus Support. Ja, schießt du. Ja, so da. Ja. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Ach, das war ein tolles Projekt. Was soll ich dazu mal sagen? Einfach genießen. Das kenn ich gar nicht. Röhreneiland. Okay. Ach, der letzte Bossfight. Der war behindert. Boah, das ist fest. Yeah. Saturo Iwato. Yeah. Und die Sache, das mit Japan, das ist echt schlimm, was in Japan passiert. Ist echt kacke. Ich hoffe, alles wird wieder gut. Ende. Drücke Start. Welt 8. Komplett. Datenspeichern. Wieso? Warte, geht's noch weiter? Achso, ich kann jetzt weitermachen, oder was? Ähm. Ich hab da schon alles gemacht. Ähm. Okay, jetzt könnt ihr aber alles nochmal machen, wenn ihr wollen. Ach. Egal. Das war das Ende dieses Projekts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.